Ich liebe die Exzentrizität. Glücklicherweise können wir uns die Verrücktheit erlauben, sie gehört zur Musik dazu. Ich liebe die Exzentrizität. Es ist wichtig, nicht die Spontanität des Lebens zu vergessen. Man sollte nicht erstarren. Eine Sängerin ist nicht auf der Bühne festgenagelt. Man bietet einen Moment des Lebens an und in diesem Moment gibt es auch Dramatisches und Burlesques. Und genau dazu dient ja die Kunst, dass man alle Winkel auslotet, von der burlesken Heiterkeit bis zur Ruhe. Ich liebe die Kontraste. In den Liederabenden breite ich sehr viele Gefühle aus, aber ich kehre immer wieder in die Innerlichkeit zurück. Aber ich bin immer wieder zurück in die Innerlichkeit. Musik 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 Ja, ja, ja.